Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Sechster und hoffentlich vielleicht möglicherweise bester Teil. Zunächst einmal habe ich mir die Frage gestellt, warum ich heute in der Früh doch eher ein bisschen müde und so, wie sagt man, erschöpft war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit der gestrigen Sprühaktivität in Zusammenhang gestanden hat. Das heißt, das geht natürlich nicht spurlos an uns vorüber, denn ich weiß nicht, was sie gesprüht haben, aber ich weiß halt in der Früh, ich war ziemlich müde davon. Ah ja, eines wollte ich noch sagen, ich habe vor ein paar Tagen einen Komposter kaufen wollen. Ihr wisst ja, diese Thermokomposter, die ausschauen wie diese Pyramiden mit der abgeschnittenen Spitze. Und haben mir ein Modell dort angesehen und das Plastik, also der Kunststoff war extrem, extrem weich. Also den konnte man mit dem Finger leicht hineindrücken, also den Finger konnte man leicht reindrücken. Und Volumen 640 Liter, da werden sicherlich dann 200, 300 Liter schon hineinpassen. Und ich bin gewohnt, wie der Komposter, der ist sehr robust gebaut, der hat hier eine, was nicht, ein Gestänge oder eine Stange, das läuft hier durch, ist, naja, der hat sehr robust, sehr stark. Der hat damals über 600 Schilling gekostet und der war sein Geld wert, dieser jetzt nicht. Ich habe als Ersatz eine alte Regentonne genommen, die ist undicht geworden, ich weiß nicht, ist im Winter gebrochen. Und ich habe das einfach mit Grünschnitt vollgefüllt und fertig kompostiert genauso. Ich glaube, man kann zur Not auch große Plastiksäcke nehmen, nicht zu klein. Und es soll aber dann auch nicht zu nass sein. Also das heißt, vielleicht ein bisschen offen lassen, dass es leicht durchlüftet wird. Und diesbezüglich muss ich aber sagen, habe ich nur wenige Erfahrungswerte, ich habe es ein paar Mal gemacht, den Grasschnitt, aber das ist schon lange Zeit her, in Plastiksäcke hineingegeben. Und war dann verwundert, dass der nach ein paar Wochen so ziemlich, ja, verarbeitet war, also wie gut verdaut. Gut, also das ist sozusagen nur eine kleine Zusatzinformation gewesen. Man muss nicht immer alles kaufen, man kann auch improvisieren, man kann auch Hilfsmittel nehmen. Ein Freund aus Jugoslawien hat mir gesagt, sie haben das einfach so gemacht, sie haben eine Grube ausgehoben und haben dort einfach den Grünschnitt hineingeworfen und dann, ich weiß nicht, Steine drauf, dass das Ganze dann schneller verrottet. Also das geht genauso. Man muss nicht immer alles kaufen. Ja, worüber wollte ich heute sprechen? Ich habe hier etwas geschrieben. Der beste Pokerspieler der Welt hat gegen einen drittklassigen Falschspieler keine Chance. Ja, stimmt, den Spruch habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Mal erwähnt. Ich finde, also ein großartiger Spruch, von dem stammt er, das war ein Mann, der in einem Casino in Las Vegas als Spielertrainer, ich berichtige, als Angestellten Trainer, nicht Spielertrainer, als Angestellten Trainer gearbeitet hat. Er selber war aber einige Jahre zuvor Falschspieler. Und der Direktor, er wurde beim Falschspiel erwischt, der Direktor hat ihn zu sich rufen lassen und hat ihn ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, schauen Sie, wir können folgendes machen. Entweder rufe ich jetzt die Polizei und lasse sie abholen und sie werden einige Jahre in staatlicher Fürsorge verbringen dürfen. Oder sie arbeiten für mich und zeigen meinem Personal die Tricks und Schlichen, die sie drauf haben, weil ich habe mitbekommen, sie sind ein sehr guter Falschspieler. Er hat das Angebot angenommen, von Saulus zu Paulus transformiert und er hat dann diesen Spruch geprägt, wo er gesagt hat, eben der beste Pokerspieler der Welt hat gegen einen drittklassigen Falschspieler keine Chance. Und genauso sehe ich das auch, was derzeit medial abläuft. Genauso habt ihr das sicherlich auch beobachtet, wenn ihr in den letzten Monaten verzweifelt versucht habt, Freunde, Verwandte, Bekannte oder wen auch immer, von gewissen Therapieangeboten abzuhalten. Ihr habt ihnen abgeraten, ihr habt alle Argumente auf den Tisch gelegt. Es ist sinnlos, es ist sinnlos. Ihr habt ehrlich gespielt, der beste Pokerspieler. Ihr wart ehrlich. Aber auf der anderen Seite sind die Falschspieler, auf der anderen Seite sind die Lügner, sind die Betrüger, sind die Gangster. Und ihr wisst, was in den Zeitungen steht, ist immer die Wahrheit. Logisch, gar keine Frage, weil ja so ein Standard ist ja nicht in der Zeitung, so ist es. Und ihr wisst auch, was im Fernsehen kommt, ist auch immer nur die reinste Wahrheit. Also die ist die Essenz der Wahrheit. Ja, ich hätte es nicht besser zum Ausdruck bringen können. Genauso sehe ich das auch. Und aus diesem Grund bedeutet das für uns was? Gute Frage. Wir haben getan, was in unserer Macht stand. Wir haben versucht zu helfen. Manche haben das Angebot angenommen. Die meisten haben es kopfschüttelnd ausgeschlagen, weil sie es besser wussten. Sie waren ja gut informiert. Zeitung, Medien haben ja nur die Wahrheit berichtet. Wir können nicht mehr als das tun, was wir getan haben. Und ich habe das Gefühl, wie ich es auch gestern im Horoskop gesagt habe, die Spiele laufen nicht mehr. Und jetzt kommt das Relativieren. Jetzt kommt das große Zurückrudern. Jetzt kommen die großen Missverständniserklärungen und die Relativierungsaussagen. Wir haben es alles falsch verstanden. Naja, Narrativ ist, würde ich sagen, gestorben. Und was können wir in dieser Situation machen? Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich muss mich jetzt leider öfters wiederholen, weil es ist nicht so leicht, jeden Tag etwas Neues zu finden. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, und die Kirchenglocken geben mir recht, dass wir Verständnis für diejenigen zeigen, die eben geglaubt haben, was ihnen präsentiert wurde. Die daran geglaubt haben, ja, die Autoritäten in allen Fachgebieten haben ja recht. Ich meine, sonst wären sie doch keine Autoritäten. Ja, natürlich, das haben wir früher auch einmal geglaubt. Das hast du geglaubt, das habe ich geglaubt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es ist ganz normal, dass man im Erwachen merkt, dass das, was uns ein Leben lang präsentiert wurde, nicht zu unserem Vorteil gereicht, sondern dass das, worauf wir programmiert wurden, für andere einen Nutzen bringt. Für uns natürlich bedingt auch, ja, klar, keine Frage, ja. Wir leben halt in diesem System, und wir glauben, weil wir für diesen Beruf, den wir jeden Tag ausüben, Geld bekommen, bekommen wir auch eine Gegenleistung. Ich rede allerdings von Energie, von Lebensenergie. Und der Raub unserer Lebenskraft ist eben deren Hauptgeschäft. Geld existiert in einer energetischen Matrix nicht. Es gibt nur Menschen, die gelernt haben, für Geld etwas zu tun. Also das heißt, das Geld hat an sich, meines Erachtens, keinen echten Wert. Was Wert hat, das sehen wir zum Beispiel hier. Energie beglückt uns alle, und Energie fließt, wohin wir schauen. Und ich kann dem Weinstock hier so viel Geld anbieten, wie ich möchte. Die Trauben werden deswegen nicht größer. Wenn ich ihnen aber ausreichend Dünger zukommen lasse, dann werden die jetzt natürlich wachsen, wie wir sehen. Also das heißt, es wird eine gute Ernte werden. Eine logische Geschichte. Und genauso sehen diese Wesenheiten uns. Sie betrachten uns als ihre Anbauflächen. Sie betrachten uns als ihre Schafe. Deswegen bezeichnen sie sich im religiösen Bereich ja auch als den guten Hirten oder als den Pastor, was nichts anderes als auf Lateinisch der Hirte ist. Und daran sollten wir denken. Die wollen etwas von uns. Und das ist unsere Lebensenergie. Und deswegen lügen sie auch, um dieses Ziel zu bekommen. Ihr wisst ja, Satan wird bezeichnet als der Herr der Lüge. Und bitte auch bedenken. Ich habe auf dieses Kärtchen geschrieben, drittklassiger Falschspieler, weil er hat es in dem Zitat so ausgesprochen. Es gibt aber zweitklassige und es gibt erstklassige Falschspieler. Und ich gebe zu, zweitklassige Falschspieler würde ich vielleicht noch erkennen. Aber erstklassige Falschspieler würde auch ich nicht erkennen. Es gibt so gute Systemlinge. Wie man das so schön sagt, diese Maulwürfe oder Undercover-Leute, die eingeschleust werden, die sind so gut. Die sind so gut. Die kann man fast nicht erkennen. Und ich will das auch gar nicht können. Für mich reicht es schon aus, wenn ich jeden Tag ein bisschen mehr spüre, jeden Tag mehr Zugang zu mir selbst bekomme. Ja, ich habe ein Leben lang funktioniert. Ja, ich habe ein Leben lang versucht, die Vorgaben, die mir gegeben wurden, zu erfüllen. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Geschichte. Weil wir alle in diesem System irgendwo an irgendeiner Stelle funktioniert haben. Und das ist kein Vorwurf, sondern das ist nur eine Art Erkenntnis. Und wenn ich diese Erkenntnis habe, habe ich einen großen Erkenntnisfortschritt gemacht. Weil das bedeutet, ich habe jetzt die Wahl. Ich kann so weitermachen, was nichts Böses oder Schlimmes ist. Oder ich kann sagen, Moment, Moment, ich möchte aus diesem System raus. Darüber irgendwo, da drüben, da irgendwo muss die Freiheit sein. Und die Freiheit hat nichts mit großen, weiten Flächen zu tun oder Route 66. Nein, mit dem schon gar nicht. Freiheit, sondern Freiheit bedeutet, in sich selber, frei von Glaubensmustern und Überzeugungen zu sein. Das ist Freiheit. Freiheit bedeutet auch, frei von der eigenen Wichtigkeit zu sein. Und das ist, glaube ich, nach wie vor der Hauptpunkt. Gut, ich wiederhole mich schon wieder zum wiederholten Male. Und freue mich, wenn du heute um 15 Uhr mit dabei bist. Wir werden voraussichtlich Richtung Gütenbachtor, Leinzer Tiergarten gehen. Die Sonne ist konkurrenzlos am Himmel. Also Wolken sehe ich keine, obwohl sie gestern so brav gesprüht haben. Das heißt, wir werden schönes Wetter haben, kein Regen in Sicht. Temperaturen, würde ich sagen, im Moment angenehm. 15 Uhr werden sie auch angenehm sein. Und wenn du nicht mitkommen kannst, dann bitte sei so gut. 19.50 Uhr, 22.00 Uhr, 18.00 Uhr, 17.00 Uhr, wann auch immer du zwei, drei Minuten eröbrigen kannst, bitte mitmachen, visualisieren, Licht, Schutz. Und wie ich das die letzten Tage gesagt habe, visualisiere das, was dir Freude bereitet. Wo du sagen würdest, ja, das hätte ich gerne oder das wäre ich gerne oder dort wäre ich gerne oder was auch immer. Ja, das heißt, schau auch auf das, was du möchtest, um, wie ich es auch gestern betont habe, dich von diesen Dingen auch lösen zu können. Weil man löst Dinge nur, indem man sie auslebt und nicht, indem man nur davon träumt. So, das war es schon, einen wundervollen Dienstag. Alles Liebe, dein Astro Wolf. Ende. 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 Ende.